hallo meine lieben freunde willkommen zurück zu joshis voli world heute geht es mit dem nacht joshi der ein bisschen lila ist was mich ein bisschen wundert in das baum stumpf level hört sich ein bisschen komisch an ist auch so aber ich bin gespannt was das level uns bietet rauf und runter kreuz und quer das hört sich doch scheiße an denn das hört sich so an als ob das suchen eine qualität und deshalb ja bin ich da nicht ganz so zufrieden mit aber gut ich habe das natürlich geben wie kriege ich das auch das sieht ein bisschen komisch aus ok bringt das auf oder moment mal vielleicht kann ich ja den hier machen oder einsach bloß nicht das ist nein ich will da rein es tut mir leid warum ist denn die dinge wieder wie turnen ja schon da hat gut dass wir euch jetzt alle jetzt vorbei ist nach oben bitte vielen dank wenn ich dich mal darunter da gibt es sicherheit weiter ja alles klar ah ok schlau schlau das muss natürlich noch mal hoch ok gut hier ist aber jetzt nichts ich kriege ich den denn da raus ich bin äh ok ich bin ich bin ein bisschen blöd ich kriege den denn da raus Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Hä? Okay. Wie krieg ich den da raus? Ach ja, wann kann die hier aufsaugen? Oh, hab ich total vergessen. Ich bin so ein Idiot. Aufsaugen vor allem. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ja, kein Problem. Ich höre dich wieder. Ich finde es schade, dass jetzt nicht mehr wirklich richtig angezeigt wird, dass die halt verschwinden. Sondern die sind einfach urplötzlich weg. Bei Joshi's Island haben die wenigstens so ein bisschen geflimmert. Das fand ich ein bisschen besser. Aber gut. Ich hätte nichts weltbewegendes. Ich würde auch gerne, ganz gerne, genau. Da würde ich gerne hin. Und dann hier hoch, genau. Hier ist gar nichts. Den sehe ich. Da ist aber definitiv noch was. Da würde ich... Oh, was ist hier? Ah! Okay. Habe ich nicht gesehen. Gut, dass ich es gesehen habe. So, das heißt, ich brauche dich. Mein werter Freund. Nein, falsch nicht. Das sieht schon richtig aus. Wir müssen aber jetzt noch da. Und dann hoch. Hallo. Hoch. Danke. Sehr gut. Äh, ja, ich denke mal, das sollte es gewesen sein hier. Acht. Acht. Das sieht... Definitiv verbrannt aus. Okay. Irgendwie habe ich total das Gefühl, dass hier irgendwas ist. Hier ist nichts. Okay. Ja, war so klar. Egal. Irgendwas. 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 Haha. Ah, nice. Dann bringen mich nach oben. Bringen mich zum Scholler. Und das ist der... Blume! Da oben ist aber... Noch einer. Komm, jawohl. Okay. Ich hoffe, ich habe wieder nichts übersehen. Ansonsten bin ich traurig. Was ist das? Ah, Trampampolin. Hier unten ist aber nichts. Okay. Hier auch nicht. Gut. Hier unten drunter. Okay. Okay. Oh, jojojui. Ganz ruhig jetzt. Yoshi, was war das denn bitte? Ich habe die Taste nicht gedrückt. Das sage ich immer. Ich weiß. Ja, ich traue mich einfach, nicht da unten drunter zu landen. So, jetzt. Da ist ein Bumper. Ich habe das Gefühl, mit denen komme ich nach da oben. Oh. Das Gefühl war definitiv richtig. Oh. Ja, hallo. Oh. Das sehe ich aber auch. Okay. Boah. Okay, gut. Ich bin dafür, dass ich den Bumper noch mitnehme. Ich nehme den Bumper mit. Das sieht aber nicht so aus, als ob ich den nochmal bräuchte. Oh, scheiße. Ups. Das war nicht mit Absicht. Egal. Ich weiß ja, wo alles ist. Denke ich mal. So, durch esse ich jetzt schon mal. Okay. Alter, schöner Wicht. So, dann einmal bitte hoch. Kurz schön in die Ecken. Weil da gibt's. Stickerlies. Jawohl. Dann mitnehmen. Alter. Wacht ihr auf einmal wieder. So, und dann auch einmal hier nochmal. Alles mitnehmen. Achtig brauche ich ja jetzt nicht mehr. Einmal kurz rüberhüpfen. Und dann kann man da rein. Gut, hoffentlich nichts zu übersehen. Hier irgendwas? Ja, war klar. Aber nur herzliches. Aber egal. Hier drunter irgendwas? Nee, hier? Nee. Ja gut, dann gehen wir erstmal da in die Ecke, würde ich sagen. Und dann können wir hier gerade hoch. Hoch! Oh nein! Bumpy! Bumper! Bumper! So, mal kurz mal hergucken. Hier ist nichts. So, bitte den Bumper wieder mitnehmen. Da ist aber auch irgendwas, oder? Hier? Ja. Da? Mhm. Komm, sprucken aus. Nein. Da ist schön. Gut. Hier ist aber auch wirklich nichts. Doch, da oben in der Ecke. Doch, war doch klar. Okay, da komme ich auch so hin. Gut. So, ich hoffe einfach mal, dass ich den Bumper nicht mitnehmen muss. Okay, da muss ich auf jeden Fall hin. Hoffentlich hätte ich dafür nicht den Bumper gebraucht. Ah, da oben ist ein neuer Bumper. Alles klar. Hier ist eine Tür. Okay. Wie auch immer ich in die Tür reinkomme. Nee. Nee. Na, komm ich dran. Jawohl. Ich habe einen übersehen. Ja, habe ich mir irgendwie schon gedacht. Leider. Hier ist gar nichts. So, da oben ist auch eine Tür. Aber da geht es wahrscheinlich wirklich weiter. Und das ist das Problem. Ich glaube nämlich nicht, dass ich da hin will. Das glaube ich nicht, dass ich da hin will. So, komm, gib mir den einen hier noch. Ich gehe jetzt trotzdem einfach mal da hoch. Einfach nur um zu gucken, ob da sonst noch irgendwas ist. Hier so in den Ecken. Nee. Okay, wie komme ich in die Tür? Mit dem Bumper. Wenn ich den Bumper genau da drunter setze. Ja. Hat funktioniert. Okay. Vielen Dank auf jeden Fall. Du weg. Du weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kommt immer mehr. Ja. Du. Du. Ei, 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 ei. Aha. Hoppen. Okay. Sonst ist hier nichts, oder was? Ach doch, die Blume. Ja, war klar. Okay, eine Blume habe ich auf jeden Fall nicht übersehen. Aber eine Wolle. Aber gut, dann gehen wir halt später nochmal rein. Das ist ja kein Thema. Das ist ja nichts Selbstbewegendes. Gut. Ja, auch schön, wenn ich das so voll Leben schaffen würde. Müsste ich das schon mal nicht mehr machen. Gut. Das dürfte auch nicht mehr allzu lang sein. Oh yeah. Patapata. Bist du da einfach ohne Grund? Ja, ich wollte schon sagen. Du bist ja nicht ohne Grund. Uhu, jetzt bin ich in die Decke geknallt. Ich schaue es nur alles. Okay. Da ist auf jeden Fall noch eine Wolle. Die sehe ich. Ist schwer zu sehen, muss ich sagen. Mein Auge enttäuscht mich doch nicht. Auch wenn ich gar nicht allzu gute Augen habe. Achso, ich habe einen Bumper im Mund. Gut, dass man hier nicht runterfallen kann. Das habe ich zum Glück schon gesehen. Fehlt aber halt noch eine Blume. So, ich glaube, da ist die letzte Blume. Das ist schön. Ich hoffe einfach mal nicht. nach oben, bitte. So, mir fehlt da nur noch ein Sticker. Nein. 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 Oh, scheiße. Okay. Oh, da wollte ich mich retten, aber hat leider nicht so ganz funktioniert. Aber egal. Ah, das Blöde ist, dass ich das jetzt nicht mehr mit vollem Leben schaffe, ne? Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Aber das hätte ich so easy mit vollem Leben geschafft. Egal. Also, das hätte ich mit vollem Leben schaffen, das ist echt nicht mehr. Das ist wirklich nicht. Außer man stellt sich halt so dumm an wie ich. Dann ist das vielleicht schon ein bisschen... Hallo. Schon ein bisschen schwerer. Ja, ich wollte eigentlich auf den drauf springen. Ja, genau so. Und dann da oben am besten alles holen. Was ich aber natürlich nicht schaffe. So. Das ist ein anstrengendes Level, auf jeden Fall. So, bitte nach oben. Danke. Vorletzte Sticker ist auf jeden Fall da drin. Ach, die Bumper können nicht durch das Wasser durch. Ich habe mich schon gefragt, warum das Wasser hier ist, wenn es mich nicht beeinträchtigt. Ach, du behinderter Bumper. Ehrlich. Oh doch, das Wasser beeinträchtigt mich doch. Das Wasser beeinträchtigt mich nämlich doch. Oh mein Gott. Weißt du, wie egal mir das ist? Huh. Okay. Eigentlich habe ich gedacht, dass da jetzt der letzte Sticker ist. Aber wenn da nicht der letzte Sticker ist... Dann ist er da. Dann ist er halt da. Gut. Uns fehlt das Leben und eine Wolle. Die suchen wir natürlich jetzt noch. Keine Sorge. Wir kriegen ein Kack-Bonus-Spiel. Okay, das Level war auf jeden Fall interessant. War jetzt nicht unbedingt mein Favorite Level, weil ich sowas jetzt nicht so gerne mag. War ja jetzt nicht schlimm oder sowas. Ich habe es bei dem Namen schlimmer im Kopf gehabt. Ich dachte so, oh scheiße, jetzt kommt... Oh. Okay. Habt ihr das Wohne-Spiel mal? Das ist cool. Das ist in der Tat cool. Ich meine, wir brauchen es nicht, aber... Ja, das ist wirklich cool. Mein Fuß schläft langsam ein, aber ist ja egal. Ah, da hätte ich auch drauf kommen können. Er hat nämlich einer so einen Bumper hingemalt. Aber die Bumper habe ich in... Joshi's Island schon nicht geliebt. Aber Joshi's Island ist ja jetzt vorbei an alle, die es nicht wissen. Oh! Ist das etwa das Return von Ordway? Oder ist das eine andere Killer-Pflanze? Ralf und Rona! Okay. Dann mal los. Ich hätte mir ja eigentlich gerade wenigstens... Die Sternis mitnehmen. Äh, die Sternis. Ich habe Wolle mitnehmen können. Hier war ja noch nichts. Nichts sehe ich. Keine Sorge. So, das war Wolle Nummer 1. Oder war das schon Wolle Nummer 2? Ach, das hatte ich, ne? Ah, jetzt, die ist immer gut. Auch hier mal... ...kürzt runtergucken. Das ist nichts. Okay. Da oben in der Ecke. Ich würde gerade schon sagen, warum ist da eine Kuhle? Äh, ja. Warum soll da denn bitte eine Kuhle sein? Ah, die hätte ich auch vorher sehen können. Ah, ich bin so blöd. Gut, dann müssen wir das Level jetzt gerade nur noch schnell zu Ende machen. Am besten mit vollem Leben. Das dürfte ja nicht allzu schwer sein, weil das Level mit vollem Leben ist echt nicht schwer. Ich stelle mich einfach nur blöd an. Ich kann jetzt auch hier durchwaschen. Ich meine, ich habe ja alles. Und so sieht das aus, wenn ich Level auf vollem Leben nachhole. Ich rush einfach nur durch. Und deshalb müsst ihr das ja nicht unbedingt sehen. Guck mal her. Bring mich hoch zum Schotter. Nice. Du kommst mit mir. Du auch. Geht ziemlich kein Risiko mehr ein. Oh. Okay, weiter geht's. So, jetzt dürfen wir eigentlich schon in der letzten Hälfte sein, oder? Und das Leben nochmal. Ja. Sinn ja. Oh, ich kann auch einfach in der Mitte durch. Alles klar. Mir hat auch nicht viel. So, den schieße ich lieber ab, bevor ich da reinspringen. Ja, jetzt kommt natürlich meine, ich lasse sie ab, normal, stelle. Aber auch easy gemacht worden. War aber nochmal knabber der Pflanze vorbei und dann sind wir auf dem Ziel. Und dann haben wir auch das Level zu 100%. Das freut mich. Oder wird dann auch in diesem Level. Und jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein Yoshi gibt. Es wird ein brauner Yoshi, vielleicht der Baum Yoshi. Ich kann mich an anderen Yoshi vorstellen. Ich schätze den Baum Yoshi. Oder hatten wir den Baum Yoshi in der ersten Welt schon mal. Obwohl. Der Leoparden Yoshi. Alles klar. Okay, Freunde. Dann sind wir im nächsten Part mit dem Leoparden Yoshi. Gucken wir uns dann Audreys Festung an. Wenn es noch Audre ist. Vielleicht ist sie auch sein Bruder oder seine Schwester. Wer weiß. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Mal wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.